Und hier bin ich auch wieder. Und es sind nur noch ein paar übrig. Und ich hab mich nicht geheilt. Na komm. Mach's fertig. Oh, scheiße, scheiße. Ah, heil dich, Gottverdammt. Ah, das wird... Das wird noch knapp ohne Trank. So, okay, jetzt nehmen wir. Bam, und wir haben alle besiegt. Nice. Und wir haben 13.400 dp. Okay, nur noch 3.000 bis zum nächsten Level ab ungefähr. Gut. Fand ich war gar nicht so schlimm jetzt, die Quest. Ähm, oh, fuck. Na komm. Also, ich hab, glaub ich, noch nie sowas gesagt. Aber ich hoffe, ich bekomme jetzt eine Quest, wo ich viele Gegner besiegen muss. Also, was weiß ich, töte so und so viel von denen und so. Weil, äh, das wird mir jetzt eigentlich passen. Ähm, vielleicht ist es Grendel. 4.000 dp, nice. Level ab, schön. Und wir haben 1.200 HP. Wir haben also in die 1.000 geknackt. Äh, fertig mit Elina. Das ging ja ziemlich schnell. Äh, so, wie wir denken, blablabla, blablabla. Hat uns eine Falle gesteigt, blablabla. Grendel, blablabla. Hat mit nichts zu tun. Nien hört. Ähm, Elina hat keine Schäden davon getragen. Jo. Spezielles Geschenk 3. Du hast bereits Level 20 erreicht. Ich spüre eine Markskraft, blablabla. So, wir bekommen wahrscheinlich wieder einen Coupon. Ja. Machen wir einfach. Das könnten wir nehmen. Aber lohnt sich das. Ich bräuchte noch mehr Stärke. Ich kann da gleich mal ein bisschen was auf Stärke machen. Da bräuchte ich so ein bisschen Decks. Hm. Ich würde das ganz gerne nehmen, aber... Erst ab Level 23, das ist blöd. Das ist sehr blöd. Ähm, ich könnte mir das nehmen. Allerdings, ähm... Hm. Das ist ein bisschen stärker als das jetzige. Ich könnte aber auch das nehmen, das ist genauso stark. Ist aber eben einhändig und schlägt schnell zu. Zusätzlich könnte ich dann natürlich ein Schild dran packen. Womit ich dann aber vielleicht nicht mehr so viele Gegner angreife. Ach komm, ich nehme das. Habe ich das jetzt genommen? Ja, danke. Ah, okay. Ich muss erst noch die Stärke erhöhen. Na gut, dann packe ich jetzt erstmal... So ziemlich alles auf Stärke. So. Nächstes Mal... Beim nächsten Level abmache ich dann auch nochmal zwei... Nein, vier auf Stärke. Dann geht das. Ähm... So, komm. Na, perfekt. So, hier packe ich nochmal jeweils eins drauf. Und ich... Mach hier erstmal eine Pause. Der Party ist wahrscheinlich ziemlich kurz. Ähm... Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen leveln, ein bisschen die Nebenquests machen, die jetzt erstmal unwichtig sind. Also, was weiß ich hier... Diese ganzen Quests hier links, da werde ich ein paar von machen eventuell. Fertig mit Elina werde ich erstmal nicht machen. Naja. Wir sehen uns dann irgendwann wieder. Ich werde, wie gesagt, noch ein bisschen leveln und so weiter. Ich werde noch das Spiel ein bisschen laufen lassen. Also, mit dem Event werde ich noch gucken, wie weit das noch geht. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei MapleStory. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.